Was Sie schon immer über Ihre Gleise wissen wollten, aber bisher nicht anzusehen behagten, ist auch das Motto des zweiten Teils der Videoreihe zur Gleisreinigung. Nachdem im ersten Teil die Gleisradierer betrachtet wurden, geht es nun um Fliese, Filze, Schleif- und Polierpads sowie Reinigungsflüssigkeiten. Auch hier geht es wieder darum, Belege dafür zu finden, wie sich die unterschiedlichen Hilfsmittel auf die Gleise auswirken. Wie bereits im ersten Video erwähnt, bin ich kein Materialwissenschaftler, sondern nur ein interessierter Laie. Insofern handelt es sich nicht um wissenschaftlich belastbare Ergebnisse, für die ich ein Gewehr übernehmen kann. Ich habe aber schon versucht, reproduzierbare Belege zu generieren. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, was er von den Aussagen hält. Zunächst möchte ich die Vorüberlegungen aus Teil 1 rekapitulieren. Ob die Wahl des Gleisherstellers einen Unterschied macht und wenn ja, wie groß der Einfluss ist, kann ich nicht beurteilen und werde es auch hier nicht näher betrachten. Ich habe Märklin-C-Gleise und werde diese nun auch nicht austauschen. Das Gleis besteht aus magnetischem Stahl und der Mittelleiter ist boniert. Das ist damit für die folgenden Betrachtungen gesetzt. Welche Einflüsse führen nun zu Verschmutzung und Verschleiß der Gleise? Auch dazu gibt es viele Diskussionen und ich habe hier einmal die aus meiner Sicht relevantesten aufgeführt. Die ersten sechs Punkte sind aus meiner Sicht unvermeidlich, ob man es nun wahrhaben will oder nicht. Staub und Luftfeuchtigkeit sind sicherlich gegeben. Und wenn man Loks fahren lässt, kommen Öl, Haftreifen, Räder, Schleifer und Verkohlungen beim Spannungsübergang mehr oder weniger dazu. Dazu kommt dann die Beanspruchung durch die Reinigungsmethode, die man selber in der Hand hat. Für meine weiteren Betrachtungen mache ich nun die vereinfachende Annahme, dass der Schmutz auf der MOBA überwiegend aus Staub und Öl bzw. daraus bei der Verzündung entstehendem Rust besteht. Der Schmutz wird durch mechanische Verhackung, Adhesion sowie elektrostatische Anziehung festgehalten. Entfernen kann man ihn durch Materialien mit besserer Schmutzadhesion oder durch Abschaben, hier Abrasion genannt. Hierzu geeignet sind poröse, strukturierte Materialien, die den Schmutz im Idealfall auch noch aufnehmen. Empfohlen wird meist die händische Reinigung. Aber nicht jeder hat eine Epoche 1 Anlage mit eingleisiger Panoramastrecke und nur einem Niveau. Bei Anlagen mit Oberleitungen, Tunneln und Schattenbahnhöfen können Armverlängerungen oder auch Gleisreinigungsfahrzeuge sinnvoll sein. Die Gleisreinigungsfahrzeuge werden dann Inhalt des dritten Teils sein. Das Thema trocken oder feucht, das ja auch bei der Hausreinigung kontrovers diskutiert wird, kommt bereits jetzt zur Sprache. Nun zunächst zu Fliesen, Filzen und Stoffen. Der Reinigungseffekt der Fasermaterialien beinhaltet eine gewisse Abrasion, die aufgrund der Weichheit des Materials geringer oder man könnte auch sagen schonender ist als bei Gleisradierern, eine Adhesion der Schmutzpartikel und wie beim Staubwischen findet auch ein Kehreffekt statt. Partikel, die aufgenommen werden, verbleiben, anders als bei Gleisradierern, in der Struktur. Werden zusätzlich Reinigungsflüssigkeiten verwendet, erfolgt im Idealfall ein Lösen und Wegbischen und bei der Verwendung von Poliermitteln auch nur ein Abschleifen. Dieser Punkt wird in einem separaten Kapitel behandelt. Nun schauen wir uns die verschiedenen Produkte etwas genauer an. Anders als Stoffe bestehen Filz und Fliese aus nur locker zusammenhaftenden Fasern begrenzter Länge. Die Fasern können natürlichen oder auch chemischen Ursprungs sein, also Kunstfasern. Beim Filzen werden die Fasern mit warmem Wasser und zum Beispiel Seife durch Reiben und Kneten ineinander verhakt und so verfestigt. Im Modellbahnhandel werden diverse Produkte angeboten, von denen hier eine Auswahl zusammengestellt ist. Die meisten sind für den Einsatz in Reinigungsfahrzeugen gedacht, wobei hier zunächst nur das Material betrachtet wird. In der Vergrößerung sieht man, dass es sich überwiegend um gleichförmiges synthetisches Material handelt. Nur die Fasern des Jorga-Filzes für den Märklin-Reinigungswagen scheinen natürlichen Ursprungs zu sein. Die Dicke der verwendeten Fasern ist durchaus sehr unterschiedlich. Stoffe werden aus versponnenen Fasern hergestellt, aus denen dann Gewebe hergestellt werden. Auch hier ist die Dicke der Fasern sehr unterschiedlich, wie zum Beispiel bei Baumwoll- und Mikrofasertüchern. Was passiert nun beim Reinigungsvorgang? In manchen Blogbeiträgen zum Thema Gleisreinigung wird gesagt, dass der Schmutz eher verteilt und nur wenig entfernt wird. Lässt sich das irgendwie greifbar machen? Wenn man der Annahme folgt, dass der Schmutz unter anderem aus Ruß und Staub besteht, geht es überwiegend um Kohlenstoff und organische sowie anorganische Fasern und Partikel. Dazu kommt noch ein wenig Öl. Relativ ähnlich ist die Zusammensetzung von Bleistiftminen, deren Schwarzfärbung auf Grafit, also auch auf Kohlenstoff beruht. Um einen halbwegs reproduzierbaren Vergleichstest zu haben, habe ich nun einmal 1 cm große Quadrate mit einem mittelharten Bleistift der Bezeichnung HB aufgemalt. Hier das Ergebnis aus dem ersten Video mit einem weichen Gleisradierer. Man sieht einen sehr guten Reinigungseffekt, viel Abrieb und dafür keinen Schmiereffekt. Als Kontrast nun ein grünlich gefärbter, harter Gleisradierer. Man erkennt weniger Reinigung und Abrieb, etwas Schmiereffekt, aber das Papier wird teilweise abgerieben. Wie rechts eingeblendet zu sehen, verbleibt nach dem Einsatz auf Schienen eine schwarze Schmiere. Nun die Ergebnisse für Filze, Fließe und Stoffe. Der Reinigungseffekt ist deutlich geringer. Auch ein leichter Schmiereffekt ist zu beobachten. Fliese zeigen ein ähnliches Ergebnis. Im Vergleich zu den Radierern fehlt der Selbstreinigungseffekt durch den Abrieb. Mit leichten Variationen setzt sich dieser Trend fort. Es besteht kein großer Unterschied zwischen Filzen und Fließen und generell ist der Reinigungseffekt geringer als bei den Radierern. Gleiches gilt für die Stoffe, die aber durch Waschen wieder vollständig gereinigt werden können. Wie in Teil 1 mit den Radiergummis wollte ich mir auch bei den Filzen vergleichbare Produkte aus dem Haushaltsbereich anschauen. Hierzu habe ich mir verschiedene Filzgleiter besorgt, die sowohl aus unterschiedlichen Fasern, aber auch aus Schaumstoff bestehen. Die Gleiter mit der Bezeichnung Bonus scheinen vergleichbar zum Jorga-Filz für den Märklin-Reinigungswagen aus Naturfasern hergestellt zu sein. Das Ergebnis mit den Möbelfilzgleitern zeigt keinen Unterschied zu den Modellbahnprodukten. Was sieht man nun an den Filzen und Fließen nach der Reinigung? In allen Fällen haftet das Grafit an der Faser bzw. wird in die Struktur aufgenommen. Vergleicht man das Ergebnis mit den gleichen Materialien nach einer Schienenbehandlung, so sieht man eine große Übereinstimmung. Insofern kann der Bleistift-Test das Verhalten annähernd abbilden. Soweit zu den Materialien betrachten wir nun die Auswirkungen auf die Schiene. Der Jorga-Filz für den Rokko-Reinigungswagen deutlich, aber auch die Lux-Filzrunde entfernen die brünierte Oberflächenschicht des empfindlichen Mittelleiters. Anders als bei den Gleisradierern bleibt die Struktur aber erhalten. Bei den hier gezeigten bereits deutlich beanspruchten Gleisprofilen erkennt man durch das Freilegen feiner Strukturen einen deutlichen Reinigungseffekt. Nass wischen ist besser als Fegen oder Staub wischen. Aber womit ist die Frage? Hierzu gibt es bereits diverse Meinungsbekundungen und einen viel beachteten Artikel im Model Railroad Hobbyist Heft Mai 2019. Ich habe die wichtigsten Thesen des Herausgebers hier einmal in deutsche Worte gefasst. Da als Beleg nur der Hinweis auf eine große Modellbeinanlage gegeben wird, habe ich die Aussagen als Vermutungen bzw. Thesen deklariert. Der Verschmutzungseffekt wird durch das Herausschießen von Metallionen durch Mikrolichtbögen an der Kontaktstelle Radschiene erklärt. Polare Lösungsmittel, die nach der These in den Vertiefungen des Metalls verbleiben, fördern das Auftreten von Lichtbögen, während unpolare Lösungsmittel dies angeblich verhindern. Als Vertreter der schlechten Lösungsmittel wird Isopropanol genannt. Als vermeintlich gute Lösungsmittel werden Benzine und längerkettige Alkane genannt, die man im deutschsprachigen Raum zum Beispiel als Dampföle kaufen kann. So richtig nachvollziehen kann ich diese Aussagen nicht. Wenn die Lichtbögen Metallionen aus den Schienenprofilen herausschlagen können, machen sie auch vor Ölen keinen Halt. Und im Vergleich zu den genannten polaren Lösungsmitteln, die alle leicht verdampfen, verbleiben die Öle, wie später noch zu sehen ist, über einen deutlich längeren Zeitraum auf der Schiene. Problematisch ist bei den Alkoholen wie Brennspiritus oder Isopropanol allerdings der niedrige Flammpunkt. Ich möchte mit einem anderen Ansatz starten und die Reinigungsflüssigkeiten in wässrige und organische Lösungsmittel unterteilen. Das macht man auch bei der Reinigung von Kleidung so, wo man einerseits Wäsche in der Waschmaschine mit Tensiden und Wasser wäscht, andererseits in der chemischen Reinigung organische Lösungsmittel verwendet werden. In beiden Fällen können Öle und Fette entfernt werden. Die Effekte sind jedoch unterschiedlich. Während Tenside das Öl umhüllen und in Form von Micellen im Wasser gebunden halten, findet bei den unpolaren organischen Lösungsmitteln eine echte Lösung des Öls statt. Übertragen auf die Modellbahnen wären die erste Kategorie Spülmittel und die zweite Kategorie Benzine und Öle. Schauen wir uns nun gängige Reinigungsmittel für die Modellbahn etwas genauer an. Ich habe in der dargestellten Tabelle die Inhaltsstoffe sowie Flammpunkt und Dampfdruck aus den Sicherheitsdatenblättern entnommen und zusammengestellt. Mein Dank gilt der Firma Modellbahnunion, die einige der Blätter bei den Herstellern besorgt hat. Der Flammpunkt soll dabei als Indikator für die Feuergefährlichkeit und der Dampfdruck als Hinweis für die Verdunstungsgeschwindigkeit dienen. Wie man sieht, liegen die Flammpunkte der Alkohole sowie der daraus hergestellten Reinigungsflüssigkeit der Firma Schienenreiniger unterhalb der normalen Raumtemperatur. Wie auch für das Waschbenzin besteht bei diesen Flüssigkeiten auf der Modellbahnanlage Brandgefahr durch Funkenflug. Die ölartigen Substanzen im unteren Bereich bestehen aus hydrierten Öldestillaten mit gesättigten Kohlenwasserstoffen unterschiedlicher Kettenlänge. Der Flammpunkt liegt hier, wie bei den überwiegend wässrigen Flüssigkeiten, weit oberhalb der Raumtemperatur. Der vergleichsweise hohe Dampfdruck in der oberen Hälfte der Tabelle weist darauf hin, dass diese Flüssigkeiten leicht verdampfen. Die Öle haben dagegen einen niedrigen Dampfdruck. Beispiele zur Verdampfung zeige ich gleich an einigen ausgewählten Beispielen. Starten wir mit dem Glasreiniger Sidolin, den ich deswegen ausgewählt habe, weil er im Miniatur Wunderland in Hamburg eingesetzt wird. Laut Sicherheitsdatenblatt bestehen keine Gefahrenhinweise. 100 Mikroliter verdampfen aus einer offenen Schale und kaum Luftbewegung in ca. 10 Stunden, wobei ein blaufarbiger Rückstand verbleibt. Legt man einen Haftreifen für 12 Stunden bei Raumtemperatur in Sidolin, erkennt man, vielleicht überdeckt durch die Farbe der Lösung, kein Ausbluten, aber auch keine Veränderung der Oberflächenstruktur des Haftreifens. Zur Einschätzung der Öllösefähigkeit versetze ich 1,5 ml der Glasreinigerlösung mit einem Tropfen Öl. Nach ein wenig Rühren erfolgt die Micellbildung. Eine wirkliche Lösung findet nicht statt. Wunderland bietet zur Reinigung mit den grauen Filzpads laut Sicherheitsdatenblatt eine wässrige Wasserglaslösung an. Solche Lösungen erhält man in Baumärkten als Grundierung für einen Bruchteil des Preises. Nach Verdunsten des Wassers härtet das Wasserglas aus, was man zur Verfestigung von Untergründen nutzen kann. Die Lösung reagiert deutlich alkalisch. Einen besonderen Effekt für die Schienenreinigung kann ich bei dieser Flüssigkeit nicht erkennen. Als nächstes schaue ich mir die Alkohole bzw. beispielhaft das Isopropanol an. Laut Sicherheitsdatenblatt ist die Flüssigkeit leicht entzündbar und führt zu schwerer Augenreizung. 100 Mikroliter verdampfen bereits nach 7 Minuten rückstandsfrei. Ein Haftreifen zeigt nach 12 Stunden bei Raumtemperatur in Isopropanol ein leichtes Ausbluten sowie eine drastische Veränderung der Oberflächenstruktur. Jetzt wieder der Test zur Öllösefähigkeit. Es bilden sich Micellen, aber es erfolgt keine echte Lösung des Öls. Nun zur Reinigungsflüssigkeit von Dapol, die nach Benzin riecht, aber überwiegend aus Ölen besteht. Laut Sicherheitsdatenblatt ist die Lösung entzündlich und gesundheitsschädlich. 100 Mikroliter sind nach zweieinhalb Tagen immer noch nicht verdampft, haben also eine lange Standzeit auf der Modellbahn. Haftreifen zeigen nach 12 Stunden ein leichtes Ausbluten sowie eine leicht veränderte Oberflächenstruktur. Anders als bei den bisherigen Versuchen zeigt sich hier eine vollständige Lösung des Öls in der Dapol-Reinigungsflüssigkeit. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Dampföle, für die ich mir stellvertretend SR24 anschaue. Laut Sicherheitsdatenblatt ist der Dampf entzündbar und das Öl selbst giftig und wassergefährdend. 100 Mikroliter verdampfen in 22 Stunden. Nach 12 Stunden zeigen Haftreifen in SR24 ein leichtes Ausbluten und kaum eine Veränderung der Oberflächenstruktur. Ein Öltropfen löst sich sehr gut im SR24-Dampföl. Beim Schleifen kratzt man Material von einer Oberfläche ab. Beim Dreileitersystem nennt sich der Stromabnehmer in der Mitte unter der Lok Schleifer. Hier ist nicht das gleiche gemeint, obwohl, wie im letzten Video zu sehen, der Schleifer tatsächlich etwas von der Oberfläche abträgt. Der Effekt ist aber nur sehr gering und man könnte es höchstens als Polieren bezeichnen. Oft hört man ja die Aussage, viel Fahren ist die beste Reinigung und mit Bezug auf den Mittelleiter würde ich das auch so sehen. Generell aber sicher nicht, dazu mehr dann in Teil 4. Es stellt sich nun die Frage, ob zusätzliches Schleifen oder Polieren tatsächlich erforderlich ist. Zu diesem Zweck gibt es zumindest viele Angebote der Modellbahn-Zubehöranbieter. Wie in der schematischen Darstellung gezeigt, geht es darum, eine zerkratzte Oberfläche wieder zu glätten und somit die Kontaktfläche zwischen Schleifer und Mittelkontakt zu erhöhen. Gleiches gilt natürlich auch für die Schienenprofile. Beim Betrachten meiner Gleise im Rahmen dieser Untersuchung habe ich mit Erschrecken festgestellt, wie zerkratzt meine Mittelleiterkontakte sind. Das Polieren mit feinem Schleifpapier führt zu einer deutlichen Verbesserung der Situation. Allerdings scheint der dabei entstehende Abrieb elektrostatisch festgehalten zu werden. Noch deutlicher sieht man es bei den Gleisprofilen hier mit unterschiedlichem Poliermaterial. Schauen wir uns nun die angebotenen Materialien etwas genauer an, die überwiegend für Reinigungsfahrzeuge gedacht sind. Ich habe parallel dazu deutlich günstiges Schleifpapier aus dem Baumarkt betrachtet. Beim Preisvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Materialien für Reinigungsfahrzeuge mit Klebestreifen oder anderen Anbringungsvorrichtungen versehen sind. Je höher der angegebene Wert für die Härte ist, umso feiner ist das Schleifmaterial. Zum besseren Verständnis der Lux-Schleifmaterialien hier ein kurzer Vorgriff auf Teil 3. Zusätzlich zur Schleifrunde links gibt es für den Mittelleiter ein Aggregat mit schmaler Reinigungsfläche. Die Schleifrunden sehen gar nicht wie Schleifpapier aus und erst unter der Lupe erkennt man die an den Fasern angebrachten Schleifpartikel. Das Ganze sah mir eher wie ein Scheuerschwamm aus und tatsächlich. Beim Blick durch die Lupe erkennt man hier eine vergleichbare Struktur. Der Einsatz der Lux-Schleifrunden auf dem Gleisprofil führt zu einer deutlichen Veränderung der Oberflächenstruktur. Das Schleifpapier für die Mittelleiterreinigung gibt es in zwei unterschiedlichen Korngrößen. Bei einem vorher zerkratzten Kontakt führt die Behandlung in beiden Fällen zu einer Verbesserung der Situation. Die weiteren Produkte zum Polieren der Gleisprofile weisen unterschiedliche Korngrößen auf mit entsprechender Auswirkung auf die Profile. Die Schleifpads der Firma Schienenreiniger sind für die händische Reinigung z.B. mit einer Armverlängerung oder dem sogenannten Mover gedacht. Im vorausgegangenen Abschnitt hatte ich bereits die auf Alkoholen basierende Lösung des Unternehmens genannt. Der Reiniger enthält zusätzlich Poliersand, den ich hier auf einem Küchentuch einmal separiert habe. Man erkennt Partikel unterschiedlicher Größe. Im Vergleich zu den Angeboten der Modellbandzubehörhersteller nun normales Schleifpapier. Ich habe für die Betrachtungen eine 3000er Körnung ausgewählt, die auch die Strukturen der Gleisprofile sichtbar einebnen kann. Beim Einsatz auf dem Mittelkontakt erhält man eine, auch im Vergleich zu einer neuen Schiene, sehr viel glattere und hochglänzende Oberfläche. Nun zeige ich einige Extreme noch einmal unter dem Mikroskop, wobei die vorherigen Aussagen bestehen bleiben. Gefilmt habe ich die Aufnahmen mit einer Digitalkamera und daraus teilweise Screenshots aufbereitet. Hier zu sehen ist ein neues unbenutztes Schienenprofil, das auch noch nicht gereinigt wurde. Im Vergleich dazu ein unbefahrenes, aber mit einem Gleisradierer behandeltes Profil. Zu erkennen ist Abrieb in verschiedener Form und Größe. Ein gravierendes Zerkratzen ist bei der Behandlung der Profile mit einem Gleisradierer aber nicht zu erkennen. Hier das Ergebnis nach der Behandlung mit 3000er Schleifpapier. Zum Abschluss ein direkter Vergleich. Bei der polierten Schiene sieht man anhaftende Schleifrückstände. Nun der Blick auf den Mittelleiter. Bei 64-facher Vergrößerung unter dem Mikroskop erscheint der höher stehende glattere Teil schwarz. Bereits der kurze Einsatz eines harten Gleisradierers führt zu einem gravierenden Verkratzen. Mit einem weichen Schleifpapier lässt sich die Oberfläche wieder glätten. Kommen wir zum Fazit bezüglich des Einsatzes von Reinigungshilfs und Schleifmitteln. Vor dem Einsatz irgendeiner Reinigungsmethode empfehle ich unbedingt den Blick auf die eigenen Gleise. Die hier eingeblendete USB-Lupe kostet gerade einmal 12 Euro. Das Investment kann sich absolut auszahlen. Hier Ergebnisse von meinen Schienen. Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten und trotz der Ergebnisse meiner eigenen Untersuchungen ist es für mich nicht leicht, einen eindeutigen Favoriten zu definieren. Hier die aktuelle Sicht für die händische Reinigung. Ich möchte aber gerne wieder alle Zuschauer zu kritischen Kommentaren und Anregungen ermuntern. Zum Abschluss noch einmal der Blick ins Miniatur-Wunderland nach Hamburg. Im Buch 4365 Tage Wunderland wird auf Seite 100 die Geschichte erzählt, wie der Bahnhof Knuffingen in Brand gerät. Man setzte bis 2001 Brennspiritus ein, der dann verbannt wurde. In einem Video aus dem Jahr 2009 wird der Einsatz von Rokko-Gleisradierern und anschließendes Absaugen gezeigt. Im letzten Video zum Thema Gleisreinigung vor ca. zwei Jahren wird die Kombination aus einem grünen Gleisradierer, dann die Behandlung mit einem Sidolin-getränkten Tuch und abschließendem Absaugen gezeigt. Aufgrund der gezeigten Ergebnisse wäre dieses Vorgehen für Dreileitergleis-Systeme nicht meine erste Wahl. Im nächsten Video werde ich mir die angebotenen Gleisreinigungsfahrzeuge anschauen. Dort werde ich dann auf die hier gezeigten Ergebnisse zu den Materialien nicht mehr im Detail eingehen. Bis dahin!